Durch die Kraft von Diffusion und Osmose werden im Organismus Stoffe einfach und effizient transportiert. Dies sind scheinbar unspektakuläre Vorgänge, aber sie sind überlebenswichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen. Und sie haben eine enorme Wirkung. So kann durch Osmose in eine reife Kirsche so viel Wasser wandern, dass die Frucht platzt. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF, 2020